hallo meine freunde herzlich willkommen zurück zu mist survival und ich habe hier mal an der workbench mal gecraftet könnte ich euch eigentlich mal ganz kurz zeigen ich habe mir immer solche wasserflaschen hergestellt und so einen eimer und könnte ich mal hier lassen den eimer so ist habe ich mich die ganze zeit übersehen jetzt wo es ums essen ging und jetzt machen wir weiter nächstes ziel für heute wir brauchen jede menge loot ja da oben ist noch so ein tower da gehen wir mal hin da gehen wir heute mal hin also essen und trinken sieht halbwegs gut aus jetzt halt nichts mit an trinken oder so aber das macht ja nichts hier war aber trotzdem irgendwo in berne weiß jetzt auch gar nicht mehr ob ich in dem turm schon war wir werden halt mal schauen gehen was soll es doch nur so die direction nicht aus den augen folien aber wir waren da schon zumindest im alten spiel stand und damit hallo herzlich willkommen noch mal zurück hier bei abschotztock let's play mein name ist rob und ich spiele das ganze mit euch hier miss survival ein bisschen überleben ja hier waren wir schon gewesen aber konnten wir hier alles mitnehmen das ist halt die frage ich glaube nämlich nicht da rollt ein stein runter okay das ist aber ziemlich abgesaved hier ne alter na ich habe keine munition mehr nein ich glaube das war es shit so sieht so ein 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 sieht ach man ärgerlich kann ich das ganze nochmal herstellen zusammen mit euch also da dürfen wir nicht hingehen so gut sind wir noch nicht da wurden bewaffnete rebellen aber ich habe den doch auch ein zweimal getroffen oder ich meine schrotkinder der hätte umfallen müssen theoretisch ja und es ist wieder früh am morgen perfekt gut interact was habe ich mir hergestellt glaube hier wasserflaschen genau so zack nehmen wir das zeug hier mal mit rüber das packt mal kurz hier rein stein können wir auch nicht gebrauchen hat er uns voll weg geflankt ne ach ärgerlich so und dann hier wasserflaschen warum die bei waffen stehen ich habe keine ahnung so stellen wir uns mal eine her so hier brauchen wir scrap metal haben wir auch am start für den eimer hier iphone 4 was wir haben auch gott sei dank gott voll erschrocken so und da werden wir uns jetzt mal den eimer herstellen hier so zack und jawohl haben wir eine wasserflasche kümmern uns sogar noch einmal zwei mit klatschen uns voll den mist so machen wir es halt einfach so wie ich es gerade vor der aufnahme gemacht habe machen wir es jetzt noch mal zusammen wir nehmen uns mal das gleiche noch mit und dann weil hunger und lust ja total elendig aussieht gut also dort dürfen wir nicht hin alter schwede da oben genau ein banditenlager halt nein ich will da lang das auto wäre halt nice ne wenn wir uns das mal herstellen könnten oder repairen könnten das wäre ja schon mal die halbe miete aber bis dahin wird es wohl noch ein langer weg wir sind ja gerade mal in folge 3 von mist gab es folge 3 ziemlicher mist was hier abgeht oder folge 4 folge 1 war der auftakt folge 2 war die hütte im nebel folge 3 waren die kleinen süßen ferkelchen genau folge 4 herzlich willkommen zu folge 4 von mist survival das sind wildschweine wildschweine sind nicht dort wo wir sind ich werde euch alle noch holen leckere kleine schweine backen so ist auch nichts mit howling wolf gut und rinne die plurre so dann trinken wir erstmal ah sehr lecker frisches flusswasser jawohl wie sieht es jetzt aus Durst ist voll dann passt auf dann machen wir jetzt so dann essen wir jetzt mal hier so ein Stück Fleisch ich hoffe wir kriegen keine food poisoning und damit sieht eigentlich beides gut aus jetzt können wir hier noch fill the bottle machen wir auch so und die nehmen wir uns mit und die auch wenn es mal wieder enger wird wir brauchen ja noch so einen water purificator gut dann haben wir das schon mal dann da oben waren wir ja gewesen genau so oben hat man ausgerutschaftet möchte halt mal wieder was mit munition oder einfach mal munition sparen mit der machete in der hand halt noch einer nein steht ein bisschen verbundet doch da ist noch einer da komm mal her so okay das hätten wir hier treatment am bein treatment natürlich recover time okay die können wir damit verlängern also wir haben uns erstmal verbunden und jetzt geht die Heilung ein bisschen schneller andererseits haben wir jetzt keine bandagen mehr also jetzt müssen wir aufpassen vorwölfen oder banditen oder sowas da hinten ist unser turm aber trotz allem wollte ich eigentlich ein bisschen auf loot tour gehen mit euch zusammen ah okay also die ausdauer wir sind jetzt verwundet das bein schmerzt hätten wir die wölfe auseinander nehmen sollen ich weiß es gerade nicht ich weiß es gerade nicht ob wir das hätten tun sollen aber ich bin eigentlich froh dass die food poison es weg ist hier gibt es aber auch so wenig zum looten jetzt das ist das ist wieder das banditencamp da oben ja da wollte ich nicht unbedingt nochmal hin denn das war nicht nur der eine gut die lassen wir halt mal gerade jetzt wenn wir verwundet sind ein hupen bock 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 was ist sonst oh was haben wir denn hier okay die axt oder eher das schießgewehr es ist bestimmt ziemlich riskant warte mal ich mach mal ich mach mal ein autos was war das gibt es hier auch banditen so eingezäunt die werden gespeichert werden gespeichert oh leider wird färri ähm schwierig ganz schwierige situation gerade gehe ich rein und hole mir was ich zum überleben brauche oder lasse ich es und gehe auf Nummer sicher sie ist offen hier liegt scrap metal das kann ich mir doch bestimmt schnappen geräute achten benzin geht das hier auf nein natürlich nicht warum auch komm nur durch das tor da rein ein alter schrottplatz wenn wir autoteile finden dann hier würde ich sagen das ist eine alpha wand guck mal hier kann ich gar nicht ich gehe geradeaus da kann ich gar nicht hin Mist voll shit ausgerechnet jetzt okay ast weg stein weg das sind jetzt Sachen sammeln die wir so in der freien wildbahn nicht finden hallo gut lumpen weg also nur mit haben wir dann auch noch das holz weg ne also hier das will ich mitnehmen ich bräuchte mal noch mehr inventar stauraum ihr ist safe ihr ist relativ safe essen munition rifle und kein rucksack nein nein gut okay wie sieht es denn aus bei uns mit essen eigentlich noch ganz gut es wäre schade drum Mist schwierig ganz schwierig pass auf wir essen mal das so und drink until enough sind wir relativ fresh am start so keine foot poison ist okay sehr gut jetzt müssen wir uns aber entscheiden was nehmen wir mit ähm ich würde zur not würde ich vielleicht auch das Benzin erstmal hier lassen weil wir haben noch kein auto wir brauchen das noch nicht unbedingt und dann will ich auf jeden Fall erstmal das essen mitnehmen ne genau so gut und dann zurückschaffen dann müssen wir ja hier das ist relativ safe dann müssen wir wiederkommen und hier alles holen der wahre fundgrube jetzt können wir nämlich auch ein bisschen was zu hause craften zum beispiel die water purification station das können wir nicht mitnehmen shit jetzt sind wir wirklich voll genau die water purification station unsere wunde ist auch wieder weg warte ich muss äh safe gehen so da oben war die banditen militärbasis glaube ich sie ist gerade schlecht ich orientiere mich mal da hinten an dem fluss der da so den berg runter fließt wie eine straße da ist die banditenbasis bloß nicht zu nah ran wenn die mich mitbekommen war es das genau die aber die holen wir uns doch die machen wir noch weg und hier unten ist unser gebiet ich mich aber richtig erinnere mit einem bären da ist er auch schon das sieht uns nicht oder oh hey der witzker was ist das für eine pechfolge heute shit shitty shit shit aber wir haben es ja gleich geschafft wir sind gleich safe wo ist das jetzt auch unsere basis das ist jetzt die frage ist das rote auto da ja es ist unsere basis und alle haben okay dann gehen wir erstmal einsortieren und aussortieren gehen wir erstmal schauen was wir hier alles brauchen so okay also wir haben essen wir haben munition können wir erstmal hier lassen ist ja für zwei schuss gut bretter sowas haben wir alles okay wir gehen kraften hier drinnen wird es halt nicht viel bringen zu bauen das werde ich hier unten bauen weil oben ist der platz ja wirklich mangelbar ich würde sagen hier zirka bauen wir uns hier water purification station also wir brauchen vier mal feuerholz und acht steine vier holz acht stein vier holz acht stein so dann können wir doch hier ich glaube blocks machen wir aus denen können wir bestimmt feuerholz machen aber wir schauen mal kurz oben weil steine haben wir definitiv oben hier nicht auch noch ein bisschen feuerholz rum oder hat man das alles schon eingesackt ich glaube wir hatten alles schon eingesackt schau mal rein das sind die loks davon aber auch jede menge aber feuerholz feuerholz schwierig ganz schwierig okay dann nehmen wir das mal wieder hier rein und gehen mal normal ans graben würde ich sagen okay basic fire campfire nein 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 okay wo konnte man denn normal kraften hier firewood da geht es doch vier mal genau so perfekt dann haben wir vier mal feuerholz im inventar jetzt brauchen noch acht steine wir haben sieben wir haben sieben wir haben sieben wir können das ja schon mal einbauen das ist ja jetzt keine keine kunst so den bauplan können wir uns ja trotzdem schon mal dahin richten was hier hier war es genau dann werden wir das ganze mal rotaten ich weiß halt jetzt nicht wo vorne und hinten ist ne denke mal so hier so start bild genau es fehlt uns dieser eine kleine steine ein kleiner stein war ja nicht die straße wo die steine spawnen da war doch irgendwo war das diese hier ich dachte ich hatte vorhin einen stone gesehen wo los gerannt sind war schon schlimm ne hier guckt mal wir laufen quasi auf steinen sich einfach einen ausputteln da so stone und back to the base back to the base mit mit der nicht vorhandenen ausdauer wenn immer haben wir schon mal eine dose essen gefunden das ist ja schon mal sehr gut jetzt fängt das sample wieder neu an dieses natursample okay dann können wir das hier jetzt schon mal fertig bauen kann man water purification station so damit wäre die schon mal fertig dann können wir machen gif so das funktioniert einwandfrei ist 0 liter drin ne ach was ist dann das fertige wasser safe water ist hier unten aber ich kann es nicht geben ne ich kann es nicht geben wir brauchen also eventuell mal noch einen eimer und müssen uns mal noch wasser holen ein eimer ist verbaut wir brauchen also zwei einmal zum wasser holen und einmal zum wasser geben gut kriegt man auch hin war hier ne kit den nehmen wir gleich mit ich hab gedacht ich kann das mit den wasserflaschen machen aber schade was solls gut gehen wir nochmal zurück wechseln mal wieder auf die machete am besten ne so gut damit hätten wir schon mal das ähm ich kann ja gleich mal schauen für den grill ne für den grill haben wir auch was gebraucht es geht aber scheinbar auch nur oben ist das so eine grillplatte ne wir essen und trinken dying rack cooking pot sowas haben wir ja eigentlich ne grill stand hier mit dem hammer food poisoning super jetzt kommt der food poisoning alles klar wir haben wir haben einen hammer oben dann können wir uns jetzt mal so einen grill stand craften so da ist der mc hammer nehme ich mit und dann machen wir uns jetzt mal hier einen grill stand den hier genau so machen wir das und bild dann gehen wir uns noch einen locken und machen uns ein bisschen feier gut ich glaube hier unten müssen wir dann auch feuer einschalten ne dann gehen wir mal schauen wo wir die wölfe weg gehauen an ob wir noch einen auseinander nehmen können so schade das geht nicht mehr essen und trinken haben wir ja noch kurz ein bisschen was da so dreimal gehüpft einmal gesprung ok dann kraften wir uns selber firewood so und nochmal zeit geht ja ne hunger durst alles cool alles easy peasy dann können wir hier schon mal äh interact und hauen hier schon mal ein bisschen feuerholz rein ne genau das ist der grill stand hier kommt dann das fleisch oben drauf ich verstehe langsam ich verstehe langsam so und mit dem wasser könnte man auch unten den cooking pot befüllen normalerweise zweiten eimer hammer wie gesagt ich würde gerne schauen gehen ob die wölfe die wir da weggeschnetzelt haben ob die noch da liegen dass wir wieder ein bisschen essen am start haben und dass das halt mal jetzt wenn es geht nicht nebelig wird ne weil es sieht nämlich so ein bisschen aus kann auch sein dass ich absolut verfolgungswahn habe aber ich schätze es sieht ein bisschen nebelig aus so wo haben wir die wölfe weg geholt da oben jault auf jeden fall einer hier nochmal schauen ist nun stone hier war es nicht hier war es nicht das ist ne sau schade wo haben die wölfe auf uns gewartet wo sind die gespawnt nein das wäre jetzt schlimm das war doch hier das war doch hier die sind gedespawnt und wieder gerespawnt Mist und ich hab gedacht die bleiben mal ne stunde liegen schade 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 ja ja jault irgendwo vor dich hin ne da liegt noch einer da liegt der zweiter wo ist der der hier jault schneid uns mal schnell zwei Fleisch raus ne ich hörte ihm ich hoffe ich da kommt er nicht ran so und wir nehmen die Machete 30 Minuten komm das geht ist ja nur mal zum testen ob das funktioniert so wir haben Wasser am Start und wir haben Nahrung am Start das wäre schon mal das A und O Wasser und Nahrung zum Survivalen ich denke das kriegt man hin also wenn ich jetzt mal ich wollte den Eimer Wasser auffüllen ne ich glaub 10 Liter Wasser waren drin ich glaub wir brauchen das nur anschmeißen irgendwie waren 10 Liter uns unsafe water waren ja drin wir hatten ja schon Wasser geholt mit dem Eimer warte mal ganz kurz hier save game und dann gehen wir schauen A ob das jetzt mit dem Grill funktioniert und B ob das hier unten mit dem Wasser funktioniert hab ich jetzt alles Feuerholz da oben rein ja tatsächlich hab ich hier noch einen Lok rumliegen gehabt ja haben wir zwei Loks können wir gar nicht mehr mitnehmen das ist ja jetzt eine blöde ah ok so 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 pass auf dann können wir den einen Eimer schon mal da rein stellen ja oder hier rein wir müssen das ja dann wie gesagt erstmal einschalten so dann firewood perfekt schmeißen wir die Distille mal an hier packen da mal unsere Feuerholz rein einen Anzünder brauchen wir noch und Streichhölzer hatten wir Streichhölzer halt wie wollte ich jetzt machen also Holz ist viermal drin sogar hätten wir gar nicht gebraucht ok auch nicht so schlecht aber hatten wir Streichhölzer irgendwie haben wir ja letztes Mal das Feuer auch angekriegt ansonsten können wir uns glaube ich auch welche herstellen ähm sieht schlecht aus mit Streichhölzen das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht die Bretter brauchen wir nicht Feuerholz lassen wir auch erstmal hier muss ich halt später alles mal sortieren hier in Ruhe hier haben wir noch einen Anzünder warte mal das Fleisch können wir auch unten drauf packen Dose essen stellen wir mal hier rein so warte irgendwo konnte man sich Matches selber herstellen ich weiß nicht mehr ob es hier war oder ob es an der Workbench war hier Matches Einmal Kohle und einen Ast hatten wir unten Kohle ich glaube es wird neblig ich glaube es wird neblig Nein hier ist keine Kohle rausgekommen Ja es wird neblig Shit ok dann müssen wir einmal Feuer jetzt erstmal verbrennen damit wir an Kohle herankommen dann gehen wir uns einen Ast holen aber wie will ich den verbrennen wenn ich nichts guck mal hier ist Starter ist drin ne Starter ist drin so Tinder hat noch gepasst Okay, dann packen wir jetzt das Feuerholz da rein. Ist achtmal drin. Tinder. Ah, wir brauchen Rinde oder so, ne? Geht nicht aus den Stofflumpen auch als Tinder? Normalerweise? Natürlich nicht. Warum auch? Shit. Wir haben auch keine Rinde mehr. Na gut, es wird neblich. Okay, Freunde, das war's für die heutige Folge. Nächste Folge gehen wir uns dann Tinder holen. Und starten wir die Wasseraufbereitung und werden uns ein bisschen Fleisch braten. Wie sieht's denn aus hier? Das Video sieht eigentlich relativ gut aus, ne? Also bis zur nächsten Folge, dann Dankeschön für's Einscheiden und Zuschauen. Liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.